hallo zusammen und herzlich willkommen zum kick gegen die china avengers wir haben noch 114 die monat 26 das sind zwölf lagenunterschied wir sind 130 von das heißt wir sind eigentlich so hinten und den wollte ich jetzt machen dann muss man fix auf venom warten ich pausiere fix so ganz schnell gedrückt dann nehme ich nur halt jetzt nach reset den gegner so zack 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 und attacke das ist ein bisserl was machen wir einen versuch hier den den Ist eigentlich nicht so cool, wie das gerade läuft. Ja, das ist, ist das gut? Ne, der Rote ist nicht nachgerückt, so wie ich es wollte. Das läuft gerade bescheiden. Wie komme ich denn hier jetzt an meine Matches? Grüner Diamant bringt den Gorilla gefährlich nah zum Auslösen. Aber ich habe nicht wirklich viel Auswahl. Das ist massiv blöd gerade. Ich habe das lila Match oder einen grünen Diamant oder ein grünes Match, was in den Gorilla geht. Stopp. Oje, jetzt wird es scheppern. Jetzt ist die Frage. Ich will den hier glaube ich, oder? Ja. Und dann hoffen die Wanner. Oh mein Gott. Das wird ganz übel werden. Ja. Und den habe ich als schwächsten ausgemacht. Oh mein Gott. Ach, verdammt nochmal. Mal den wegcleanen. Jetzt müssen wir den wegcleanen. Belastend. Und ich habe die falsche Truppe auf Domitia. Sollte hier nicht so den Unterschied machen. Hör auf. Sollte hier nicht so den Unterschied machen. Hör auf. Warte mal kurz. So. Minions. Ja, das ist belastend. Das war belastend. Das war belastend. So. Ja, los geht's. Los geht's. Natürlich. Machen wir das erstmal so. Mal was eben grün reinspielen. Ich glaube wir warten. Ja, wir warten definitiv. Oh, ich hätte eh selber noch warten sollen mit dem Grabmacher. Ah, was ist denn los mit mir? Hm. Das ist auch nicht gut. Das war Lucky. Oh, jetzt sterben sie alle. Keine Chance. Oh mein Gott. Das ist ja eine Katastrophe. Nehmen wir den Tank noch weg. Und dann weg ist sie. Ich bin Auto-Ethergen-Habitat. Ne. Es ist belastend wie das läuft. Es ist einfach nur belastend. Dann besuchen wir die 200-Punkte-Kämpfe. Wollen wir jetzt nach dem Clean-Up, der klappen muss, noch zwei One-Shots. Ne, natürlich. Beim Clean-Up gibt's wieder so ein Board oder was? Geil. Hm. So, jetzt suchen wir uns ein Damage. Geil. Ja komm. Siffi-Siff. Siffi-Siff. Jetzt mal bitte ein funktionierendes Board. Und kein Brain-Lag meinerseits. Okay, das gibt's WGV-Matches. Ja, zwei Lila-Matches. Stopp. Hm. 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 So. Ne, nicht voll machen. Danke. Okay. Finger weg von Regat. Na komm, bring dich um. Sei so nett. So, jetzt müssen wir noch nach dem Backup fragen, dass wir zumindest die 200 schaffen. So, das ging schnell. So, jetzt haben wir zwar Geräuschkulisse, aber ist okay. ist okay. Ist okay. So. Zack, 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 zack. und los geht's los geht's nicht hetzen werden truppen sind wichtig okay vielleicht kommt hier rot nach perfekt noch mal wundervoll nicht so viel kein def up natürlich noch mal den 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 proteus und dann drückt man mal auf die drachenbombe und gucken mal was sich so verschiebt das war's naja zumindest haben wir 200 abgeschlossen oder haben wir die überhaupt 204 kein guter start in den krieg oh mein gott katastrophe die letzten beiden kriege waren katastrophe wer aufmerksam das verfolgt ich hab vor kurzem meine zielsetzung pro krieg auch in der beschreibung geändert vorher waren es mal 200 das habe ich mal optimistisch auf 250 hoch gesetzt seitdem ich das gemacht habe kriege ich es nicht mehr hin davor hatte ich es fast 10 krieger am stück wenn man mal einen wasch wegnimmt naja egal wir machen gerade einen kleinen sprint hier und schauen mal wie es am ende aussieht ergebnis gibt es heute abend gegen halb acht in der video beschreibung das seht ihr dann ich bedanke mich fürs zuschauen haut rein bis denn schaut beim steffen vorbei und tschüss